Im heutigen Video geht es um die VITAL-Studie. Eine Studie, die Vitamin D untersucht hat oder untersucht haben soll. Und Dr. Raimund von Helden hat hier ein bisschen aufgeführt, welche Fehler quasi gemacht wurden in dieser Studie und dadurch falsche Ergebnisse, schlechte Ergebnisse, unbrauchbare Ergebnisse entstanden sind. Also welche Fehler muss man machen, damit eine Vitamin D-Studie ohne Nutzen bleibt. Zum einen mal zusammengefasst, nur 2000 Einheiten wurden gegeben. Es wurde jedem freigestellt, ob er sich noch nebenher sonnt oder nicht. Es wurde kein Vitamin D-Spiegel bestimmt, weder davor noch danach. Und ja, positive Trends, die es dann doch gab, auch mit diesem wenigen Vitamin D, wurden einfach missachtet. Gehen wir ein wenig ins Detail. Die Fragestellung, was findet man heraus, wenn Menschen mit und ohne Vitamin D über Jahre beobachtet werden? Was können wir daraus folgern? Die placebo-kontrollierte VITAL-Studie wurde jetzt im New England Journal of Medicine publiziert. Über 10.000 Teilnehmer waren gespannt auf die Ergebnisse. Also mittlerweile muss man davon ausgehen, dass auch wenn etwas in renommierten Magazinen publiziert wird, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass die Studie gut ist, brauchbar ist und wirklich sinnvoll durchgeführt wurde. Einiges habe ich schon zu Beginn angedeutet. In der Therapiegruppe wurden 2000 Einheiten Vitamin D täglich gegeben, nur doppelt so viel wie für Babys. Gehen wir von einem, sage ich mal, 80 Kilogramm Menschen aus, was ja nicht so ungewöhnlich ist heutzutage, dann werden wir in einem Bereich von vielleicht vierfach weniger als das, was notwendig ist. Also ganz grob sage ich ja immer, pro 10 Kilogramm Körpergewicht brauchen wir ungefähr 1000 Einheiten Vitamin D. Wenn wir jetzt einem 80 Kilogramm schweren Menschen nur 2000 Einheiten Vitamin D geben, dann haben wir ihn vierfach ungefähr unterdosiert. Ah doch, der Vitamin D-Spiegel wurde nur einmal bestimmt und zwar zu Beginn. Okay, das schon, aber nicht am Ende der Studie. Also man weiß dann eben nicht, wie hat sich dieser Vitamin D-Spiegel entwickelt mit diesen 2000 Einheiten Vitamin D, weil man wäre dann zu dem Schluss gekommen, oh, da hat sich ja gar nicht so wirklich viel getan. Geldgeber war das NIH. Müsste man dann nochmal kurz gucken, was dieses NIH ist. Welches schon früher versucht hat, die Einnahme für Vitamin D auf 4000 Einheiten zu beschränken. Passt dann logischerweise auch nicht. Also wenn man sagt, okay, 2000 Einheiten bringen scheinbar nichts und man beschränkt dann das Vitamin D auf solche geringen Mengen, dann ist es natürlich auch da wieder sehr, sehr unlogisch und sehr, sehr unwissenschaftlich. Also nicht überall, wo Wissenschaft draufsteht, ist auch Wissenschaft drin. Sollte einem auch so langsam klar werden. Die Kurzfassung der Vitalautoren formuliert No Effects. Also dass man keine Effekte durch Vitamin D festgestellt hat. Hier sind vier Beispiele, dass die publizierten Studiendaten dennoch einen Nutzen des Vitamin D zeigten. Also es wird gesagt, in der Kurzfassung quasi, keine Effekte. Wenn man aber genauer, und das hat Dr. Raimund von Helden sehr schön gemacht, genauer reinschaut in die Studie, dann sieht man sie sogar. Dann sieht man sogar Effekte, trotz der geringen Mengen an Vitamin D. Vielleicht vorab, es gibt ja auch ganz andere Studien, die auch keinen Effekt beim Vitamin D zeigen. Und das war ja in der Vergangenheit auch schon so, dass man entweder mit zu wenig Vitamin D gearbeitet hat oder zum Beispiel Vitamin D nicht richtig eingesetzt hat, sprich wöchentlich oder sogar monatliche Gaben von Vitamin D. Auch da können dann natürlich Effekte ausbleiben. Es wurde dann oftmals auch gar nicht gemessen, wie ist der Ausgangswert, wie hat sich das Vitamin D oder der Vitamin D-Spiegel dann entwickelt und und und. Also ganz viele Fehler, die eigentlich einem Schuljungen nicht mal passieren würden, weil das eigentlich ziemlich klar und logisch ist, aber komischerweise dann renommierten, in Anführungsstrichen, renommierten Wissenschaftlern dann schon. Also was sind diese vier Beispiele? Einmal reduced the risk of cancer incidence for blacks, also 33% weniger Krebs bei dunkelhäutigen Menschen. Warum? Weil natürlich dunkelhäutige Menschen grundsätzlich einen niedrigeren Vitamin D-Spiegel haben bei der gleichen Sonneneinwirkung. Dunkle Haut bedeutet einfach weniger Vitamin D-Produktion. Das heißt, jemand, der dunklere Haut hat, muss in einem Land oder sollte in einem Land auch sein, wenn er nicht supplementiert, wo deutlich mehr Sonneneinstrahlung vorhanden ist und man dadurch dann auch mehr Vitamin D produzieren kann. Deswegen hat man gesehen, dass da auch bei 2000 Einheiten, bei denen schon ein Effekt vorliegt, weil wahrscheinlich der Vitamin D-Spiegel zu Beginn deutlich geringer war und dann ein Effekt überhaupt vorhanden war. Dann, genau, Leute mit einem BMI von unter 25 hatten 24% weniger Krebs, ja, also weniger Krebs bei Schlanken, auch da wieder das gleiche Prinzip. Je schlanker, desto mehr Effekt hat er natürlich auch das wenige Vitamin D. And People with Body Mass Index, Kategorie unter 27, genau, also 14% weniger Krebs bei Normalgewichtigen. Und das ist so wenig nicht, wenn man jetzt von 10.000 Menschen ausgeht. Ja, 24% da, 17% dort, 14% dort. Ja, 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 wer schlank ist, dem nutzen bereits 2000 Einheiten, wie gesagt, und dementsprechend hat man da Effekte feststellen können. Folgerung. Unterdosierung ist eine klassische Strategie, um Unwirksamkeit vorzutäuschen. Also Dr. Raimund von Helden spricht hier schon wirklich von Strategie, weil alles andere ist eigentlich nicht erklärbar, wenn man einigermaßen wissenschaftlich arbeitet. Jeder weiß, dass Vitamin D auch durch Sonnenstrahlen gebildet wird, nur die Studienautoren scheinbar nicht, denn es wird den Teilnehmern freigestellt. Wieso wurden die Teilnehmer der Studie nicht in Bezug auf ihren Vitamin-D-Spiegel ausgewertet? Ja, der Raimund schreibt hier sogar Dummheit, Fragezeichen. Der Vitamin-D-Spiegel wäre ein perfektes Kriterium gewesen, um den Nutzen des besseren Vitamin-D-Spiegels zu erkennen. So wie dies andere Studien, ja, die dann auch, gibt es ja auch zu Genüge, es gibt ganz, ganz viele gute Studien. Und die arbeiten eben auch wirklich wissenschaftlich und wirklich richtig. Und da kommt dann der Effekt von Vitamin-D und Co. immer schön heraus. Wir leben in einer Zeit, in der viele große Institutionen und große Namen von Jahr zu Jahr an Glaubwürdigkeit verlieren. Oh ja, vermutlich liegt es am besseren Informationsfluss. Jetzt erleben wir die eigenhändige Demontage des National Institute of Health der USA, in dem eine fehlerhaft konzipierte Vitamin-D-Studie publiziert wurde. Mein Rat, glauben Sie nicht den Überschriften, prüfen Sie die Inhalte. Es ist für uns alle an der Zeit, den eigenen Vitamin-D-Spiegel selbst zu managen. Ja, das geht dann über die Vitamin-D-Service-Seite, zum Beispiel über den Rechner. Kann man es monitoren und guckt euch, wie gesagt, auch die ganzen anderen Videos an zum Vitamin-D. Vor allem meine ersten Videos, da wird nochmal ganz viel erklärt, was ein guter Vitamin-D-Spiegel ist, wie Vitamin-D überhaupt produziert wird, wie man es einnehmen sollte und so weiter und so fort. Vielen Dank!